Mein Beruf handelt vom Bergen, vom Entbergen, vom Beherbergen. Er handelt vom Einhüllen und dem Enthüllen menschlichen Lebensraumes. Hüllen aus Stein, aus Glas, aus Holz oder auch aus Stoff. Bauen ist, um es mit dem großen Philosophen Ernst Bloch zu sagen, nichts anderes als der Produktionsversuch menschlicher Heimat. Man kann sich kaum einen schöneren Beruf vorstellen als das Gestalten der Umwelt für die Menschen. Gerade in unserer heutigen Zeit ist damit verbundene Verantwortung allerdings ungeheuerlich. Gegenüber der bisherigen Zeit wird unser zukünftiges Schaffen dadurch gekennzeichnet sein, dass dieses Schaffen menschlicher Heimat eingebettet sein muss in eine Nichtverletzung, in eine reibungsfreie Integration der uns Umgebenden, der zu behütenden Natur.